das problem ist ich will noch ein paar weitermachen weil wegen akku und so der verräter steinig ihn ist stage drei und vier insgesamt eine minute dauern dann könnte der run brauchbar sein was kriegst du viele level gerade mit münzen genau dreißig sekunden gedauert schilder verwendet war muss ich okay es war gut dass ich es gemacht habe für die seelische beruhigung wäre jetzt so ein richtiges 100% level richtig geil aber einfach nur zack und abziehen parkour so viel zeit verbraucht so 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 Das war's für heute. sieben sekunden aber die reichen oder kurz gucken dass ich mich nicht vertan ab hier naja definitiv sieben sekunden grüner boiwashi in meinen augen sehen alle 3 joshisly aus das rinbon weg klappts neuer welt rekord hype ah Ahhhh Yes!